Guten Morgen, dass Sie schon da seid. Schön, euch zu sehen. Kommt mit rein. Wir sind ein kleines familiäres Internat mit Schülern zwischen 9 und 19 Jahren. Der Zusammenhalt ist uns ganz wichtig. Auf unsere Schüler können wir uns zu 100 Prozent verlassen. Aber ich kann euch viel erzählen. Schaut euch einfach selber um. Oh mein, ist es schon so spät. Ich muss die Schüler wecken. Guten Morgen, Manners. Es ist 6.33 Uhr. Seid ihr wach? Was habt ihr heute nicht vergessen? Zähneputzen, Haarekern. Und eine gute Laune. Wir sehen uns beim Frühstück. Bye-bye. Lieber so, als im Magenraum loszusetzen. Ah, da seid ihr wieder. Wo habt ihr euch die ganze Zeit rumgetrieben? Jetzt ist Mittag. Kommt mit in den Speisesaal. Lieber so, als ein Macho-Gesandwich im Schulbus. Lieber so, als Mittagessen um 4 Uhr nach dem Tag. Kommt ihr dann auch mit was zum Fußballspielen? Ja, klar. Ja, so. Lieber so, als allein vor der Konsole zu sitzen. Sehr gut, schön. Freizeit ist uns sehr wichtig. Dass unsere Kinder Energie tanken können für den langen Schultag. Trotzdem legen wir großen Wert auf die schulischen Leistungen. Es muss halt einfach alles passen. Jetzt gehen wir in die Paukummer. Auf geht's. Vielen Dank, Herr Mayer. Jetzt habe ich es verstanden. Sehr schön. Lieber so, als viel Geld für teure Nachhilfe auszugeben. So, jetzt muss ich das Bildschwass absperren. Lieber so, anstatt sich den ganzen Abend zu langweilen. Ja, nur wenn du gewinnst. Jetzt haben wir uns. Tja. Wie, wer ist Frau Sommerer? Hallo, ich bin. Hallo, ich bin. Hallo, ich bin. Sehr gut. Hey. Seid ihr immer noch da? Ja, habt ihr noch einen Sprung im Wirtshaus vorbeigeschaut, oder? Wir spielen jetzt hier noch eine Weile. Welcher Fluss fließt nach Köln? Jetzt habt ihr ganz schön viel gesehen vom Internat. Aber noch lange nicht alles. Wenn ihr Lust habt, dann schaut einfach mal vorbei mit euren Eltern. Lauft uns an oder schreibt uns eine Mail. Wir gefeiern uns. Liedsberg und Abfahrtswege! Super!